Blue Stil ist fertig. Wir sind in Recklinghausen und gucken uns jetzt gleich das erste Mal ein Konzert an von unserer Labelchefin Bianca. Ja, wir kommen noch nicht rein. Es ist ein bisschen kalt, weil wir Lederjacken angezogen haben und dachten noch, das wird schon, weil wir lassen die einfach an und jetzt rennen wir hier durch einen Park in Recklinghausen und es ist kalt, weil wir noch nicht reinkommen. Hier haben wir zwei Karten bekommen. Dennis macht den Dennis-Band. Ich kann leider nicht mithalten. Jetzt gucken wir uns einmal um. Wir finden hier sehr viele coole Aushänge. Die Milchstratze. Dennis denkt nur wieder eins essen und trinken. Saturn. Und unter anderem. Wir haben einen Meteoriten gefunden im Planetarium und der ist sehr viel glatter als man es erwarten würde. Herr Klinghausen und der ganze Welt. Dann peine ich alle Dinge, wir stehen gegen Modernisierung und der ganze Welt. Wenn du eine Leitlinie bist, dann beginnt man in den Tast. Dann kommst du ein Bord. Bei uns vertreten werden wir nicht. Untertitelung des ZDF, 2020